Der Konkurrenzdruck bei Germany's Next Topmodel wird immer größer, und das führt zu einigen Spannungen innerhalb der Model-Villa. Eigentlich hielten Martina Gleisenebner Tiskay, 50, und ihre Mitstreiterin Lieselotte Retznizek im bisherigen Verlauf von Heidi Klums, 48, Castingsho stets zusammen. Die Frauen haben sich während der aufregenden Reise ins Herz geschlossen. In der neuen Folge gerieten die beiden GNTML-Testen allerdings ordentlich aneinander. Bei Martina und Lieselotte flogen jetzt die Witzen, in der 14. Folge der TV-Show stand wieder ein großes Casting an, Lieselotte konnte sich den Job für Emika Föller allerdings nicht sichern. Zurück in der Model-Villa begründete die 66-Jährige die Absage damit, dass die Kampagne und die Anforderungen des Castings sowieso nicht zu ihr und ihrem Alter gepasst hätten. Martina platzte daraufhin der Kragen. Das ist etwas, das wir schon von ihr kennen, dass sie immer irgendwelche Argumente findet, betonte die Österreicherin, und regte sich auf. Sie hat die Chance bekommen, hat sie nicht wahrgenommen, und ist letztendlich auch ein bisschen undankbar. In der Küche konfrontierte Martina Lieselotte dann auch noch im Rahmen eines Vier-Augen-Gesprächs. Für mich ist das undankbar und respektlos, wetterte die 50-Jährige. Lieselotte konnte das nicht auf sich sitzen lassen. Ich werde langsam sauer, morzte die Berlinerin, und wehrte sich. Diese Auslegung von dir finde ich richtig frech, das ist eine Unterstellung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017